Oh Gott, was ist los? Woher kommt der Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Bischuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Holler, geben Sie mir Koller. Holler. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefer liegt. Nein. Das sagen Sie. Hören Sie den Bischuss, nicht? Nein, ich bin in Wilfark Werder. Welche Aufregung in der Stadt? Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefecht stand der Flagg am Zogen gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist beim Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Start. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe für unsere Fahrt aufreinen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 5 Kilometer von Stadtkampf und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Auch auf die Gefahr hin, nicht zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Russe, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Laugen hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr die Armee entkehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Ach, ein Sinner. Zwei Fälle, neue Befehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrutscht. Früher oder später, wenn die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Hier sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Dann machen wir mit den Amerikanern Klausewitz. Ausgegeben, Berlin und Frankstatt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungswettels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eisgabend sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten. In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten.